Glyphosat ist ein Breitbandherbizid, ein starkes Gift und in unserer Nahrung drin. Und wir sind alle voll mit Glyphosat. Und was macht denn das mit uns? Das erzähle ich euch heute mal. Und auch wie ihr euch schützen könnt vor diesem Gift. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt niedergelassen in eigener Praxis seit 2006. Und warum ich eine Mütze aufhabe, das erzähle ich euch zum Schluss bitte. Nicht, weil es in ist, wie manche in die Kommentare schreiben, sondern aus einem anderen Grund. Vor ein paar Monaten hat man entschieden in der EU, dass Glyphosat für weitere zehn Jahre versprüht werden darf in der gesamten EU. Und das halte ich für eine Katastrophe, weil es gibt genügend Studien, die beweisen, dass Glyphosat ein starkes Gift ist. Glyphosat wurde 1970 oder in den 1970er Jahren von der Firma Monsanto entwickelt und ist heute unter verschiedenen Markennamen erhältlich. Und Glyphosat ist eines der am häufigsten verwendeten Herbizide weltweit. Was ist ein Herbizid? Das wirkt gegen Unkraut und gegen Pflanzen. Der Überbegriff wäre Pestizide und es gibt ganz viele verschiedene Pestizide wie Insektizide, Herbizide, Fungizide, Bakterizide, Akarizide und so weiter. Das sind alles Gifte, die versprüht werden gegen Insekten, gegen Nagetiere, gegen Schnecken, gegen Bakterien, gegen Pilze etc. Und das sind alles, wie gesagt, Gifte, die für unseren Organismus wirklich schädlich sein können. Wie funktioniert denn jetzt das Glyphosat? Das erkläre ich euch jetzt mal. Also der Wirkungsmechanismus. Glyphosat hemmt ein Enzym in den Pflanzen und zwar das EPSPS-Enzym. Und zwar ein schwieriges Wort. 5-Enol-Pyrovyl-Schikimat-3-Phosphat-Syntase. Also wie gesagt, ein schwieriges Wort. Ich sage es nochmal. 5-Enol-Pyrovyl-Schikimat-Phosphat-Syntase. Und dieser Stoffwechselweg, der Schikimatweg in den Pflanzen, der ist lebenswichtig und essentiell für die Pflanzen wegen der Synthese von aromatischen Aminosäuren wie Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan. Wenn hier dieses Enzym hier gehemmt wird und Glyphosat hemmt eben dieses Enzym EPSPS, dann wird eben der Schikimatweg blockiert in den Pflanzen. Und somit werden auch die aromatischen Aminosäuren, Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan nicht mehr synthetisiert. Das ist das eine. Das ist schon mal richtig, richtig blöd, weil wir brauchen diese aromatischen Aminosäuren ja auch. Das war das eine, aber jetzt kommt das nächste. Diese Aminosäuren, die werden auch blockiert, diese aromatischen Aminosäuren, in unserem Körper durch eine erhöhte Oxidation. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Das ist auch nochmal ganz interessant. Da haben wir dann die doppelte negative Wirkung auf unseren Körper. Und das führt dann wirklich mal in Krankheiten hinein. Der Mangel an diesen aromatischen Aminosäuren in den Pflanzen führt zum Tod letzten Endes dieser Pflanzen. Dann noch was weiteres. Glyphosat besitzt auch mehrere funktionelle Gruppen, darunter auch Carboxyl- und Aminogruppen, die in der Lage sind, Metallionen zu binden, also zu gelatieren. Und es gibt dann ein Schlattkomplex. Und wenn Glyphosat in die Umwelt gelangt, kann es mit Metallionen wie zum Beispiel mit Mangan Komplexe bilden. Sprich, Glyphosat bindet auch noch Mangan. Und Mangan ist ein ganz, ganz wichtiges Spurenelement für uns, für unseren menschlichen Körper. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Wo wird denn Glyphosat angewandt? Natürlich in der Landwirtschaft. Also Glyphosat wird zum Beispiel direkt auf die Blätter von Unkrautpflanzen versprüht, dass das Glyphosat auch wirklich nur auf das Unkraut wirkt. Sonst wirkt es ja auch auf die anderen Pflanzen. Nach der Aufnahme wird es systemisch durch die Pflanze transportiert, wobei es zu den Wurzeln und Wachstumszonen der Pflanzen gelangt. Da gibt es auch noch eine systemische Wirkung. Eben der systemischen Eigenschaften von Glyphosat kann dieses auch mehrjährige Unkräuter systemisch effektiv bekämpfen, indem es die gesamte Pflanze einschließlich der Wurzeln eben abtötet. Vorteile? Die Breitbandwirkung eben. Glyphosat ist wirksam gegen eine breite Palette von Unkräutern, einschließlich Gräsern und breitblättriger Pflanzen, so steht es in der Literatur geschrieben. Abbau in der Umwelt, es steht geschrieben, dass Glyphosat relativ schnell im Boden abgebaut wird und keine langfristigen Rückstände hinterlässt. Allerdings, die Kontroversen und Sicherheitsbedenken wären folgende. Die Umweltauswirkungen, die Biodiversität, es gibt Bedenken, dass der weite verbreitete Einsatz von Glyphosat, die Biodiversität beeinträchtigt und nicht zielgerichtete Pflanzen sowie Mikroorganismen im Boden auch noch schädigen können. Ganz klar, das verbreitet sich dann und geht nicht nur auf die Unkräuter und die Unkrautpflanzen, sondern auch auf andere Pflanzen, auf Nutzpflanzen, Zierpflanzen etc. über und schädigt diese auch noch. Und natürlich auch weitere Mikroorganismen, die für unser ökologisches Gleichgewicht extrem wichtig sind. Resistenzbildung, ein weiterer Punkt für die Entwicklung von Glyphosat-resistenten Unkräutern, die durch übermäßige und wiederholte Anwendung des Herbizids entstehen können. Wie bei einer Antibiotika-Resistenz von Bakterien kann es auch beim Glyphosat passieren. Die Unkräuter passen sich an, die werden resistent und wachsen dann trotzdem und das Glyphosat wirkt dann nicht mehr. Dann wird noch mehr Glyphosat versprüht und dann wirkt es irgendwann gar nicht mehr. Jetzt kommen wir mal zu den gesundheitlichen Risiken. Das Krebsrisiko in unserem menschlichen Körper steigt. Die Internationale Agentur für Krebsforschung, die IARC, das ist eine Agentur der WHO, hat Glyphosat 2015 schon als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen Kategorie 2a eingestuft. Unter anderem für Non-Hodgkin-Lymphome, da gibt es ausreichende Beweise für krebserregende Wirkungen, jedenfalls bei Versuchstieren. Und trotzdem darf es weiter in Unmengen verwendet werden. So, zwischendurch erzähle ich euch kurz mal, warum ich eine Mütze trage. Ganz simpel, weil ich gerade meine Haare mal wachsen lasse. Seit einem halben Jahr ungefähr schon. Und manchmal kriege ich die gar nicht mehr so richtig hin. Da muss ich da immer so ein bisschen Gel oder Pomade oder ähnliches reintun, dass die in Form sind. Oder ich setze ganz einfach eine ganz nülle Mütze auf. So mache ich das. Von meinen Patienten in der Praxis mache ich das nicht, eine Mütze aufsetzen. Aber hier für ein YouTube-Video finde ich das okay. Weil ich bin ja auch jetzt kein Arzt, der mit einem weißen Kittel in der Praxis rumläuft. Dann erläutere ich euch mal, was ihr machen könnt, um Glyphosat entgegenzuwirken. Glycin ist eine Aminosäure, die man auch einnehmen kann. Und Glycin hat eine ähnliche Struktur wie Glyphosat. Und wenn Glycin eingenommen wird, verdrängt Glycin das Glyphosat. Da gibt es auch Studien, habe ich euch unten mal verlinkt. Also mit Glycin könnt ihr dagegen wirken. Glycin sieht so ungefähr aus wie Zucker. Ist auch etwas süßlich. Man kann mit Glycin auch süßen, zum Beispiel Kaffee oder Tee oder Sojajoghurt oder Joghurt oder ähnliches. Und das könnt ihr einfach dann einnehmen. Ich nehme das einfach in Kaffee rein oder in Tee. Und somit habe ich ein wunderbares Gegenmittel gegen das Glyphosat. Es muss in relativ hohen Mengen eingenommen werden, also im Grammbereich. 1, 2 oder 3 Gramm oder 4 oder 5 Gramm. Natürlich müsst ihr das immer mit eurem behandelnden Arzt oder Apotheker oder Heilpraktiker besprechen. Ist das sonnenklar? Wo ihr ein gutes Glycin herbekommt, verlinke ich euch mal unten. Oder ihr schaut selber einfach im Internet nach. Da gibt es ja viele gute Bezugsquellen. Wie gesagt, es ist einfach, sieht aus wie Zucker und kann man dann rauslöffeln. Das ist so eine Art Pulver. So, was macht aber Glyphosat auch noch? Glyphosat bindet Mangan. Und wofür brauchen wir denn Mangan? Für die Superoxidismutase 2. Für die SOD2. Die Superoxidismutase 2 ist eines der wichtigsten antioxidativen, körpereigenen Enzyme. Und die ist Manganabhängig. Und ich blende euch mal hier Laborergebnisse rein von meinen Patienten. Da ich ja immer die Superoxidismutase 2 und das Mangan teste und noch viele weitere Dinge. Und da kann ich meinen Patienten ganz genau sagen, was hier Sache ist. Ich teste übrigens auch das Glucin ganz häufig in einem Aminogramm. Jetzt erkläre ich euch mal, warum das so gefährlich ist. Die Zusammenhänge. Wir haben hier eine Zelle und hier haben wir ein Blutgefäß. Sauerstoff geht in die Zellen rein, Kohlenhydrate, Fette und Proteine gehen in die Zellen rein, Aminosäuren. Hier haben wir die Mitochondrien. Was machen die Mitochondrien? Die geben uns durch Kohlenhydrate, Sauerstoff, Fettsäuren und so weiter Energie. Ein Glühbirnchen hier, viel Energie, ATP. Aber als Kehrseite der Medaille kommen freie Sauerstoffradikale hier raus. O2-Superoxide und die müssen mittels der Superoxidismutase und weiteren Enzymen ganz schnell innerhalb von Millisekunden in Wasser, in H2O, umgewandelt werden. Also unter anderem mit der Superoxidismutase 2, die ist sehr wichtig und die testen wir ja auch immer im Labor. Und die lässt ja bei den Patienten dann nach, wenn sie A verbraucht wird, weil zu viele Sauerstoffradikale da sind. Weil die Mitochondrien kaputt gehen. Wenn die Mitochondrien kaputt gehen, werden mehr Sauerstoffradikale und weniger Energie gebildet. Dann kommen die Leute in ein Energiedefizit. O2- selber greift auch wiederum die Mitochondrien an. Dann haben wir einen wunderbaren Teufelskreis. Und je schwächer die Mitochondrien werden, desto mehr Sauerstoffradikale kommen raus. Desto weniger ATP kommt raus. Desto mehr Sauerstoffradikale rauskommen, desto mehr gehen die Mitochondrien wiederum kaputt. Und dann haben wir einen richtig miesen Teufelskreis, der wirklich in starke Erkrankungen ein bisschen in den Tod führen kann. Tatsächlich im Worst Case, im schlimmsten Fall. Und wenn wir jetzt hier auch noch einen Manganmangel haben, weil eben dieses verdammte Glyphosat das Mangan bindet im Boden und im Körper, dann haben wir natürlich hier auch nochmal eine Reduktion der Superoxidismutase 2, weil eben das Mangan fehlt. Das muss also zusätzlich auf jeden Fall eingenommen werden, plus zusätzliche Antioxidantien, dass wir gegen diese Prooxidation entgegenwirken können. Und natürlich mitochondriale Substanzen müssen eingenommen werden, zusätzlich, weil die fehlen ja in der Nahrung. Ich habe vorhin schon gesagt, dass allein Glyphosat auch weitere Spurenelemente auch noch binden kann. Aber auch weitere Geschichten werden durch toxische Metalle gebunden, wie zum Beispiel Selen und Konsorten. Wenn Selen zum Beispiel noch gebunden wird, das wissen wir auch, dass es im Boden gebunden wird, durch Schwermetallbelastungen zum Beispiel, dann haben wir hier zu wenig Glutathionperoxidase. Die ist nämlich selenabhängig und dann haben wir hier auch nochmal ein Enzym, das nicht mehr richtig funktioniert. Und die Selenwerte, die wir allein für diese Glutathionperoxidase brauchen, die sind doch relativ hoch. Die erreicht hier in Deutschland, Schweiz und Österreich sowieso kaum mehr jemand. Wir leben in einem Selenmangelgebiet, unter anderem verursacht durch eben diese ganzen Umweltgifte. Also dieser Teufelskreis, der kommt dann ins Rollen. Und jetzt spielt hier nochmal etwas eine Rolle. Ich male das mal hier noch drauf, dass es noch ein bisschen komplizierter wird. Wenn hier diese Sauerstoffradikale, die hier gebunden werden, O2-H2O2, zusammen mit NO noch zusammenkommen, mit Stickstoffmonoxid, dann kann das hier hinführen, dass es das Folgendes dann auftritt. ONOO-Peroxynitrit. Das ist eine gemeingefährliche Substanz. Wenn das hier eine Bombe im Körper ist, ist das eine Atombombe. Und wenn die hier gebildet wird, dann passiert Folgendes. Diese Substanz bindet nämlich wiederum unter anderem die aromatischen Aminosäuren wie Tryptophan, Tyrosin und Phenylalanin. Eben als Vorstufen für zum Beispiel Serotonin, Melatonin, die Schilddrüsenhormone. Und zack ist die Schilddrüsenunterfunktion da. Zack sind die Depressionen da und die Schlafstörungen. Das untergräbt auch die Q10-Bildung und greift auch nochmals direkt die Mitochondrin an. Und dann haben wir hier nochmals etwas, was wunderbar in den Teufelskreis reinwirkt. Also, ich glaube, ich habe das jetzt verstanden. Wir müssen in diesen Teufelskreis eingreifen und den stoppen. Und je stärker der läuft, die Schlinge zieht sich immer weiter zu und immer schneller. Und es kann von einem Tag auf den nächsten gehen, dass die Menschen ein komplettes Erschöpfungssyndrom bekommen und eine Erschöpfungsdepression. Es kann aber auch sein, dass das geht schleichend über viele Wochen und Monate und die Erschöpfung kommt und die Erkrankung. Und je mehr Infektion und Entzündung wir im Körper haben, desto mehr Oxidation wir im Körper haben, desto schneller geht das Ganze. Und die letzten drei Jahre haben nicht dazu beigetragen, dass das besser wird. Ganz im Gegenteil, die letzten drei Jahre haben dazu beigetragen, dass dieser Teufelskreis hier schlimmer wird bei vielen Menschen. Und das habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Nicht nur im gesamten Körper, sondern auch im Nervensystem und im Gehirn. Deswegen können viele Leute schon nicht mehr klar denken. Bekommen Konzentrationsstörungen, Brain Fog, Schlafstörungen, Depressionen und so weiter. Aber auch Nervengeschichten, Nervenschmerzen, Darmstörungen, kalte Hände, kalte Füße, auch durch eben Gefäßstörungen und so weiter. Ist euch das jetzt klar? Und dann kommt zusätzlich noch so ein Gift ins Spiel wie das Glyphosat. Und ich sage es nochmals, wir sind alle bis oben hin voll damit. Und die 5G-Belastung zum Beispiel, die ja auch für eine Prooxidation wieder im Körper sorgt. Ja, und was passiert? Die Leute fallen um. Die Regulation funktioniert nicht mehr. Die kommen aus ihrer Regulation heraus. Und wer nicht mehr regulieren kann, der kann nicht mehr gesund werden. Die Zellen schalten ab. Die Mitochondrien schalten ab. Und das ist nicht gut. Und man nennt das auch Regulationsmedizin. Einer der ältesten deutschen Ärzteverbände heißt Ärzteverband für Regulationsmedizin. Macht euch darüber mal Gedanken. Ihr könnt die ganzen mitochondrialen Substanzen einnehmen. Ihr solltet Kombipräparate mit Mangan einnehmen, wo Mangan auch drin ist. Und ihr könnt auch mit Glucin etwas entgegenwirken gegen das Glyphosat. Schützen können wir uns davor leider überhaupt nicht mehr. Wie gesagt, Glyphosat wird auch in Parks, in öffentlichen Grünflächen versprüht, an Eisenbahnlinien, an Straßen. Nehmt euch das mal zu Herzen. Wie gesagt, ich habe euch unten noch ein paar Infos verlinkt. Auch wo ihr ein gutes Glyphosat und Mangan herbekommt. Oder schaut einfach selbst danach. Und ich sage mal, bitte bleibt gesund. Macht was für eure Gesundheit. Nehmt es ernst, was ich hier sage. Und möchte den Menschen auch hierdurch durch YouTube helfen. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch was weiteres wisst oder was euch noch einfällt. Viele Menschen beschäftigen sich schon lange mit diesen Themen und wissen hier auch sehr gut Bescheiden. Ich möchte euch bitten, euch hier auch einzubringen. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.